Er kann aus den abgenütztesten, abgenütztesten, jetzt habe ich es viermal geübt, aber jetzt habe ich es dann doch noch geschafft, Weihnachtsmelodien wieder die Schönheit herausdestillieren. Beim Jazz-Brunch im Linzer Brucknerhaus hat er das heute Mittag unter Beweis gestellt, der Tiroler Jazz-Trompeter Franz Hackl, der seit 30 Jahren eine der bestimmenden Größen in der Jazz-Metropole New York ist.